Herzlich Willkommen, Ausgabe von Timo Hampel. Herzlich Willkommen. Das Thema ist Fitness. Fitness bedeutet, im Sport den Körper aufbaut. In jedem Fall, wie es gut aussieht, neue Werbung machen kann, neue Sportart, werbt, einen Beruf anlegt und mehr Werbung machen von dem Öffentlichen gerade macht. Zum Beispiel, wie ich jetzt gerade mache, in YouTube mache. Da will ich mehr Körper zu Tag geben. In der Fitness selbst, man so viel im Fitness, nur Muskel aufbauen kann. Muskel aufbauen kommt, in den Fingernstuhl geht. Du machst noch mehr davon. Und was genau, was dein Ziel ist, mit und mehr. Öffentlich, dein Körper zeigen oder in eine neue Werbung schreibst. Ein Beruf oder Arbeitgeber. Und trotzdem ist wichtig, wenn ihr Witt bleiben ist wichtig. Und bereit sein davon, du gerade magst, in der Zukunft anlegt. Und ihr findet es wichtig, wenn euer Gefühl sehr gut rauskommt, einen sehr guten Beruf, einen sehr guten Sportart gerade macht. Ist mal wichtig, eure Werbung zieht mit. Wenn du einen Sport, Leben und Lauf macht, neutraler Ton gemacht hast. Dann hast du mehr Ansprache. Wenn du Fotos machen willst, eine Werbung machst, machst oder in öffentlichen Fotos geben. Heißt du, du musst ja doll fit bleiben. Nicht müde sein. Frisch sein. Vielleicht die du noch mal wieder auf dem Fingernstuhl gehst. Dann wirst du mehr sehen. Dann wirst du mehr sehen. Dann wirst du mehr Tag aufbauen. Wieso mehr Werbung in Sport, Sportjugend, E-Trainer, Ausbildung. Geil was? Alles kann sein. Lieferer muss ja fit bleiben. Leitende Fit ist wichtig für euch. Das ist mein Tipp für euch. Vorreiten im nächsten Schritt für euch.